Ihre Billung, die es so skandalisch ist, sind da die Staatsministerin des Regierungen anders, sind Preise für Häuser, für Wohnungen, für Appartementen 50% an Ludger. Das ist ein absoluter Rekord, den man für drüben an 50 Jahren nicht erlebt hat und das tut ihr an 6 Jahren fertig. Das soll der Herr Ackerstuhl an 50 oder 20 Jahren zurückgucken können. Ich habe mir vorgestellt, die Stadt Lohäuser-Hall nur gelaufen, was fährt die Majorität? Was fährt die Majorität für eine Spezialkommission, die sich intensiv mit dem Projekt befassen? Wenn ich an der Majorität höre, verschiedene Minister, die gesagt haben, wir sind so transparent, wir stehen dem Parlament immer zur Verfügung, wir präsentieren alles, wir gehen jetzt alles, was er gerne hat. Und da wird eine Spezialkommission gefragt, und da wird gemauert. Da wird gemauert, ich frage mich, was wird die Majorität zu fährten? Und da kann ich noch so, was wird die Majorität zu verstoppen? Was wird sie zu verstoppen? Man wird nichts zu verstoppen, aber der wird nicht an eine Spezialkommission kommen. Das sind so, das sind, ja, 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 wenn der für Transparenz sieht, man das praktiziert, das praktiziert die Transparenz auch. Aber der Herr Berger hat gerade gesagt, man, wir sind uns schon ernst, dass die Kommission nicht zu verstoppen soll, aber dann können wir machen, die haben direkt alles zu verstoppen. Einen können wir überdrehen, einen können wir überdrehen, da brauchen wir die anderen, wir können ja auch ein überdrehen. Aber auch das werden wir nicht machen. Der Tisch, der schweizt, und der schweizt, und er wirklich könnte, hätte gern, dass nicht öffentlich diskutiert gehen, und dass nicht rauskommen. Dadurch, so wie das Regierung funktioniert. Denn Herr Staatsminister, der Herr Staatsminister funktioniert gerne so mit Slogonen. So steht die Deklaration, das kann ja, gott und gesund, weitermachen, einen Platz weiterzumachen. Das ist eine flotte Fortspielerei. Wenn er umgetragen hat, als mit dieser Regierung dort gesagt hat, das Regierung, die riebt Fensteren ab, wir machen Transparenz. Auch das war ein flottes Satz. Und heute verstehen wir, wie der Satz gemeint war. So ein Fenster abgemäht und so eine Transparenz rausgehebt. Der Kampel von der Deklaration war aber, dass der Staatsminister sich von allen anderen Problemen an den Zählten dann auch pur opfüllen. Sozialfrau, Kohäsion von unserer Gesellschaft, Zukunft von unserer Kammer, Prioritäten an der Bildung, Forschungsbereich, Gesundheitspolitik, Sicherheit, Lückenkriminalität, Logementsproblematik, Stauern und so weiter. Für darüber zu schätzen, sieht der Staatsminister viel mehr wie ein paar Paragrafen an meiner Rede, eine paar Minuten von der er auf mir gesagt hat. Er sieht da weiter. Ich lese mir Stoffel bewusst von dem Modell. Der Staatsminister an seiner Regierung lese sich bewusst von hier an der Schambe über die Probleme, die das Land an den Leuten tut, zu schätzen. Das muss ich fertig bringen. Wir als ADR, und ich möchte noch die anderen Oppositionsparteien, werden sich nicht davon lesen, von hier an der Schambe über die großen Probleme, die wir hier am Land tun, zu schätzen. Wir verwirren also, ich dürfe dagegen, dass mein CO2-Steuer sollen abfeiern. Herr Präsident, mir hund CO2-Steuer. Was sind als Akzisen um Benzin und Diesel? Brauchen Sie CO2-Steuer, dann nennen Sie Akzisen. Wir für ein paar Jahre haben wir eine Sozialsteuer auf den Akzisen angefordert. Donau haben wir eine Klimasteuer auf den Akzisen angefordert. Mit Leuten bei uns in die Tanken gehen. Ich meine, wenn die Elite da tanken, dann geben sie so viel als Akzisen, so viel als Klima, so viel als sozial. Nein, Leute bezahlen einen Preis, einen ganzen Preis, als ein CO2-Steuer. Den Bau für Passivheiser müssen wir unterstützen, aber nicht aufzwingen. Es kann nicht eine Kondition sein, dass die Leute zu bauen müssen. Es muss jeder reingetragen, wenn er freigestellt geht, sein Haus so zu bauen, wie hier man denkt, dass er am besten an seinem Haus kann leben. Auf europäischen Planen müssen wir uns ansetzen dafür, dass ein Triebischer muss geschützt werden. Die hundertgrößten multinationalen Konzerne produzieren zwei Drittel von der Weltfleiten CO2-Aussteuze. Auch wenn wir es also international nicht fertig bringen, für denen Kader zu setzen, für denen Ziele an Datum zu setzen, für eine Reduktion zu machen, dann verlieren wir an der Gleichwertigkeit beim normalen Bürger, wenn man zudem sagt, du musst heim machen, du musst das 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 machen. Wenn man auf einem großen Plan ein Zau losst. Klimawandel kann man nicht von der Wursthumsdebatte trennen. All die Punkte, auf die man schon an der Wursthumsdebatte angeht, sind auch Punkte von der Klimadebatte. Und ein, der nicht die Wursthumsdebatte in diesem Land will dann holen, der hat es auch nicht gelaufen, ich will zu sagen, wir machen etwas gegen das Klimawandel. Wir sollen ja so ein schönes Land sein, so ein gutes Land sein. Man will also als Mensch, dass in allen Monden 100 Leute auswanderen müssen. Die Bevölkerung wies am Jahr, an der Marjane im 12.812, an der Länge der Verbrechstimme am Logement 6000 bis 6000 von 500 Wohnungen. Nierf denen 12.000 bis 15.000 geschadene Wohnungen, denen als Hauptschance fehlen. 12.817 Personen entspricht der Gericht für eine Gemeinde von Dickrich zweimal. Eine Gemeinde von Niederlanden zweimal, Lürenzweiler Gemeinde dreimal. Oder wir müssen in der Stadt Lützeburg alle zehn Jahre bei dem Wursthumsdebatte neu bauen. Das sind Chiffre, die das Wursthumsdebatte machen. Ein anderes Problem, das Herr Staatsminister auch nicht kennt, ich weiß nicht, wie das ist, wo hier wohnt, wo hier fehlt, aber die Leute sind permanent am Stau hier im Land. Die Stau, die gehen von da zu da mehr groß. Wir sind hier im Land, wo ich erst gesagt habe. Aber bitte, das ist nicht für die Gegner mit den Leute, die am Stau stehen. Also, schmengen, ne? Es gibt nicht jeder in einem Blöluden-Mauto. Es gibt nicht jeder in einem Blöluden-Mauto. Die meisten Leute stehen für eine Röde-Lude am Stau. Es gibt nur ein Bus, die für Freising am Stau. An allen guten Tagen, an allen guten Tagen, ich hoffe, dass ich keinen Röden mit dem Auto hier in der Stadt gesehen habe. Ich hoffe, dass ich keinen Röden mit dem Auto gesehen habe. Ich gebe mir nicht mal einen Bus, ich komme mir mal an, weil auch die Verbrauch-Energie, ich gebe ja schon, dann kommt man ein Velo. Kommt man ein Velo. Und auch wenn es geht, das darf erst als Kringer nicht ausmachen, das ist bestimmt gesund. Und dann fährt man ein Velo und man sagt, nein, da gibt es einen Bus. Aber er kommt nicht, er schreibt den Namen leider bis hier, und er kommt selber mit dem Auto hier hin. Ich habe schon die Läschke geguckt, wir sehen, er hat drei Kringminister von Kirsch-Birch. Die waren alle drei hier an der Schamberg. Die stehen hier drei Dienstwesen hier in der Schamberg. Ich habe schon gesagt, das kann doch nicht Sinn. Die müssen dann mit dem Engel kommen, mit dem Velo kommen, mit dem Tram kommen, oder zur Füße machen. Nein, die sind mit drei Autos von Kirsch-Birch hier an der Schamberg gekommen. Und das machen wir so, die Madame Dich-Birch. Die hat den Bus zuerst in der Fall von der Tür. Die gibt nicht, er muss jetzt mal den Bus an den Schamberg kommen. Nein, da fährt ein Regierungsauto, die ist dann so süßchen, dann bringt es an den Schamberg. Man fährt dann mit dem Velo. Er schreibt nicht, dass ein anderer Leute fährt, sie sollen mit dem Velo fahren. Und die lassen sich mal den Tickenhauten durchs Land kutscheieren. Herr Präsident, ein tausend Fußballsterrain, die mit Joachim Zaubertonneuren haben. Tausend Fußballteuren. Das ist so viel wie die Gemeinde Schöpfling, die man all jahre Zaubertonneuren oder koppelt oder rumlegt. So die Gemeinde geht all jahre im Land Zaubertonneuren. Und da geht es euch so gut. Geht es so gut in dem Land. Das Armutsrisiko, das Sünderat Gambia angetreten hat, von 15,9% ab 18,7% oder all jahres 0,7% an der Mojene geklommen hat. Ein Reichsland wie Lützebüch, das sich bretzt durch ganzes Feld, wie gut wir sind, wie fein wir sind, wie reich wir sind, das lese zu, dass praktisch 20% geschehen von unseren Aufwohnern in der Armutsgrenze liegt. Kein Wort, wo wir gestern Dauferne von einem Staatsminister hier haben. Da wird über 30 geschehen, 30 wird gesagt, man muss 19 Milliarden Reserven haben, und dass sie feiern an einen halben Jahr, die wir jetzt die Pans. Aber von der anderen Seite der Medaille wird nicht geschehen, dass man die Reserven haben, weil so viel Leid an den letzten Jahren schaffen kann, dass sie einen Beitrag bezüglich sind. Es wird nicht gesagt, dass man für eine Pension in zweieinhalb Aktiver haben muss. Wir haben einen Blick, 450.000 Aktive Leute am Land. Und 40.000 Jahre sind die alle an der Pension. Und wenn wir beim System bleiben, 450.000 mal 2,5, dann müssen wir 40.000 Jahre über 1,1 Millionen Aktive haben, um für diese Pensionen zu bezahlen. Da liegt es an, klar, Menschen verstanden, dass das nicht abgehen kann. Und wenn wir uns über das Problem diskutieren, um über das Problem zu diskutieren, dann wird es ein Fonds hingestellt, aber es ist kein Gedanke über die Reserven, dass es so viel passiert ist, dass es eine kurzfristige Politik, dass es eine Regierung auf die nächste Welt hält, aber es kann nicht hinzukommen, dass es eine Politik für die nächste Generationen ist, weil es ist die größte Hypothek, die wir auf die nächste Generationen erleben. Ich habe sichergestellt, dass es kein Wort gefallen hat. Anscheinend ist das alles sicher. Wenn ich aber nur höre, dass es auf der Stadt gar ist, dass es zu Bonnwisch ist, dass es zu Eich ist, dass es auf anderen Plätzen am Land ist. Ich habe sichergestellt, dass es für die Regierung kein Problem ist. Ich habe mir die Frage gestellt, Herr Präsident, für was haben wir über die zweite Präsentation gebaut? Was muss man machen, damit der Wurstungsfall rauskommt? Man muss noch eine Etappe hier gehen. Das ist, dass der Leid furcht. Der Leid auch die Negativkonsequenzen vom Strammen wirst der Mathe. Auch nicht alles positiv in der Stimmung. Trenden sind an der Reihe, Finanzen sind an der Reihe, dass alles an der Reihe an der Wirklichkeit geht, also nicht an der Reihe. Außerdem mal ein Schlaraffenland durchstellen. Selektivfiguren, zum Beispiel bei der Sozialpolitik, nicht mit der Strenz in der Land sein, vielleicht auch leeren zu verzichten. Bisse Männer können vielleicht mehr Lebensqualität bedeuten. Für die Akzeptanz bei der Leid entsteht, dass man nicht einfach so weitermachen, weiterwursen, mehr noch gesagt, dass man ein Referendum machen kann. Wenn man eben dadurch gibt, erregt, dass die Kinder im Land nicht überfroh sprechen, sich überfroh auseinandersetzen, dass es kontradiktorisch mit der Gesellschaft gibt, die es geteilt geht. Und dass es nicht einfach immer eine schöne Malerei machen, mit der Leid vorwürdig zu machen, da könnte eine kontradiktorische Diskussion raus, auf die Welt, wo man Angst für die Leid ein Staatsminister in der Regierung, der sich dafür lässt, für heute in der Schambe über all das Probleme zu sprechen. Herr Präsident, ein Staatsminister kann sich nicht dafür lesen, für heute in der Schambe über Probleme vom Land an der Leid zu sprechen. Hier kann sich just von seiner Funktion als Staatsminister lesen. Und dass hier das Beste, was dem Land kann geschehen, wenn hier an seine Regierung giefen verrückt sein, sich giefen demissionieren, an der W freimachen für die Neuwahlen. Für heute in der Schambe viel Leute im Land viel Leute im Land lachen nicht drüber. Die können den Tag nicht erwerben für das Regierungen. Für heute in der Schambe, für heute in der Schambe, Herr Präsident, können wir uns einfach nicht mehr lesen. Die können es nicht erwerben. Es leidt sich froh, dass Sie für heute in der Schambe schön bleiben. Okay.